Wir sind durch die Passkontrolle durch, warten noch auf den OI, weil der OI muss irgendwie die Internationale Passport ist ja kein Deutscher und naja schauen wir mal. Passkontrolle ist erledigt, jetzt sind wir im Abflugbereich, hier kann man dann noch mal ein bisschen Geld loswerden, wenn man das möchte und in die Richtung dahin müssen wir naja. Da geht unser Flieger auf, ja auf nach Sofia. So, gut, OI jetzt weiß ich nicht, ein bisschen warten, wird wohl hoffentlich rechtzeitig durchkommt, da steht ja in einer fetten petten Schlange, gut, melde mich dann aus dem 15 nochmal wahrscheinlich. Ciao. Zum B24 gehen, gucken wir mal raus, OI kommt auch gleich hab ich gehört, nach 6 Leute, gucken wir mal, wenn ich grad nicht grad das Mikro zu halte, ich muss das hier drauf sagen. So, 23, 24 ist die andere Seite. So, müssen wir ein bisschen suchen noch, aber finden wir. Ein paar Aufnahmen, ein paar Bilder. Ihr Handgepäck und ihre Laptops müssen jetzt sicher verstaut sein, dabei darf ihr Handgepäck, keinen Gang oder Notausgang blockieren. $7. $7. $7. Das ist aufs Rollfeld. Das ist so nett und Não löst, das Sie bei das ÜberraschungStand verkauft. Ihr wartbt und Zustand hier. Da ist das so nett. So, das war es. Da ich mich wieder verflug habe. Nur der Herr Heuss ist zu sehen. Mich erst zu sehen. Ich bin auch zu sehen. So, gelandet. So, ja. Gucken wir mal, wie es hier so ist. Wie es hier so aussieht im Flughafen. Ich drehe euch mal nach vorne. So, ja. Wie war der Flughafen? Das war der erste Flughafen? Ja. Aber gut. Alles gut. Und der war ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir saßen hier direkt an der Tragfläche. Eigentlich laut Plan saßen wir eigentlich weiter hinten. Ja. Das war ja gar nicht so. Wir waren direkt da, wo wir waren. Das kann sein. Die haben vielleicht das Flugzeug getauscht. Ja, haben die getauscht. Das war die 320. Eigentlich war eine 320 geplant. Das war eine 321 oder sowas. War ja nicht aufgemacht oder sowas. Genau. Und dann war jetzt genau die Tragfläche. Und dann siehst du natürlich. Deswegen haben die Platz in Erinnerung gehabt. Kann sein, ja. Das ist Trojan angekommen. Im Hotel gelandet. Kurzer Rundumblick. Ja, relativ groß. Schreibtisch. Sitzecke. Badezimmer. Oh. Kannst du baden? Mit Badewanne. Badewanne? Ja. Dusche dann in der Badewanne halt. Ja. Heute kann man hier leider nichts sehen. Aber da draußen fließt ein Flüsschen. Leider dumm jetzt. Okay. Das war's. So, das Hotel hier in Bulgarien. The Trojan Plaza. Oh, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Bulgarisches Design Schon ganz schick Schöner Tisch So, wir suchen jetzt mal ein Kloster hier Guck mal So, schön gemacht so Gut, ganz hüpf gemacht hier Hier eine schöne alte Kutsche Ja, ganz cool hier Musik 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 So Leute, geht weiter, sind wir nach dem Kloster, ganz hübsch hier, ein paar Fotos machen. Klasse ist genug, das geht da rechts noch. Die Absturzsicherung, hier unten. Das kleine Haus ist gar nicht so klein. Das kleine Haus ist gar nicht so klein. Marcel, hast du Hunger? Jetzt geht es ein bisschen vielleicht. So, hier gibt es das Protonisches Ende. So cheap. Bis zum nächsten Mal. Ja, Blick über Sofia. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier sind die ganzen Speditionen zu Hause. D.B. Schenker UPS. Bis zum nächsten Mal. D.B. Schenker UPS. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.